Musik ...Punktspiel zwischen dem FC 07 Albstadt und dem TSH Drinfingen eröffnet, Ihnen präsentiert durch die Liener Brauerei Rosenfeld und die Apollo Mineralquellen Bad Imnau. Dennis Söll ist Trainer der Gäste und ich darf ihn bitten, nun die Partie aus seiner Sicht in Worte zu fassen. Bitteschön. Hallo zusammen. Glückwunsch an Alex und an Albstadt zum verdienten Sieg. Ich denke, es gibt keine zwei Meinungen heute. Wir haben es versucht, so lange wie möglich offen zu gestalten. Wolltet mutig und frech auch spielen. Bis zur ersten Torchance von uns, durch den Pfostenschuss von Thomas Stähle, ist das, glaube ich, ganz gut gelungen. Und am Ende des Tages, ich habe gerade die Statistik noch von der Zeitung erfahren, ich glaube 18 zu 0 Ecke und 16 zu 4 Torchüsse, muss man dann sagen, natürlich verdienter Sieg. War klar, dass Albstadt spielerisch doch auch eine Klasse besser ist als wir. Und von daher hochverdienter Sieg. Glückwunsch. Ja, und man hat wirklich so. Vielen herzlichen Dank, Herr Söll, natürlich auch für die netten Worte an uns der Adresse. Das freut uns logischerweise sehr. Das sind Fragen von Seiten der Presse. Dies scheint wohl nicht der Fall zu sein. Somit in der Kürze liegt die Würze. Also, jetzt kommt Alex dran, dem ich natürlich offiziell auch noch sehr herzlich gratuliere und der ganzen Mannschaft zu diesem schönen heutigen Flutlicht-Happening. Also, Alex, dein Statement, bitte. Ja, zwar schon mal. Hallo zusammen und danke, Dennis, für die Glückwünsche und auch für die ehrliche Analyse. Tja, 4-0 gegen Trilfingen. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir heute das in der Form dann abliefern. Es war, was mir am besten gefallen hat, heute eigentlich über die komplette Spielzeit, über die ganzen 90 Minuten, dass wir wahnsinnig gute Spielkultur am Tag gelegt haben. Im 4-4-2 haben wir da dann wirklich auch die Breite genutzt, die Außerverteidiger immer wieder hochgeschoben und immer wieder aufgebaut über den Sechser oder über den Innenverteidiger. Das war so weit, ja, war wirklich schön anzusehen von außen und sind dann auch die Tore relativ, ja, gut gefallen zum guten Zeitpunkt und dann war es natürlich für Trilfinger dann schon schwer. Am Anfang haben wir ein bisschen, ja, wir haben schon ein, zwei gute Chancen gehabt. Erstens mal Abseits-Tor, wo der Pi dann schießt, wo wir rechts gut durchgegangen haben. Andi, dann waren wir zweimal in der Box, in der Matze, wo er mit dem Rücken zum Tor steht und, ja, da haben wir schon zwei, drei gute Chancen gehabt und dann auf einmal, aus dem Nix, hat Trilfinger die riesige Chance gehabt zum 0-1. Wenn sie die machen, klar, dann wird es für uns dann noch schwerer, aber wir haben uns da jetzt nicht beirren lassen, sondern haben weitergespielt und haben ja dann auch das 1-0 gemacht durch eine Standardsituation. Nico geht super durch, wenn er im Tempo ist, ist er fast nicht zu halten und der Haken schlägt elf Meter dann unter die Platte. Das 2-0 war wichtig kurz vor der Halbzeit, auch wieder durch den Standard 18 zu 0, wie der Dennis schon sagt. Ja, war, war, da sieht man dann schon, dass wir überlegen waren. Aber es war wichtig kurz vor der Halbzeit dann das 2-0 durch den Pi, den Bolleschuss. Und in der zweiten Halbzeit wollten wir dann trotzdem Power machen, weil doch einige Zuschauer dann gekommen sind und haben das Spiel angeguckt und da wollten wir jetzt nicht nur verwalten, sondern wollten weiter nach vorne spielen. Und da haben wir dann schon ab der 50. bis zur 75. haben wir wirklich toller Fußball gespielt. Also viele Kombinationen, über links der Samit Güngör, der ein klasse Spiel gemacht hat und dann auch über rechts immer wieder, dann war man einfach nicht zu halten und dann ist klar, dass dann automatisch die Fehler kommen von Trülfingen. Und da haben wir dann das 3-0 nachgelegt durch den Samit, der dann links durchgeht und dann das 4-0, wo man auch wieder das Samit reinlegt und den Makanovic am zweiten Posten und dann den Spitzenwinkel einnetzt. Ja, 4-0 war klasse. Trülfinger hat mich enttäuscht. Ich fand euch stärker, wie ich noch in der letzten Runde, in der Vorrunde. Tja, und ich verfolge es immer, wie ihr spielt, weil Trülfinger ja auch irgendwo dann nicht weit weg ist von meinem Heimatort. Dennis, dir wünsche ich auf jeden Fall für die Runde noch alles Gute. Und auch für den Verein. Ich finde es gut, dass wenn ihr auch mal dann verliert oder ihr bleibt dann total locker und macht das unaufgeregt. Und es ist schon ein Zusammenhalt, glaubt auch, mit der Vorstandschaft und auch dem Verein und auch die Spieler sind in Ordnung. Also von dem her sehr viel Erfolg noch für die kommende Aufgabe und euch noch ein schönes Wochenende. Danke. Vielen Dank, Alex. Es sind Fragen von Seiten der Presse. Ich glaube, der eine oder andere muss dringend die Berichte abgeben oder senden. Und es hat schon das Stadion verlassen. Insofern darf ich die Pressekonferenz mit einem herzlichen Dank an beide Trainer und natürlich auch die Mannschaften, die heute Abend ein tolles Spiel gemacht haben, beenden. Ihnen, liebes Publikum, wünschen wir noch angenehmen Aufenthalt. Wir haben, glaube ich, noch was da. Vielleicht gibt es noch Würste, aber ein Getränke mit Sicherheit. Genießen Sie noch den schönen Abend heute. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Es ist ja irgendwann mal mit anderer Witterung dann zu rechnen. Also in diesem Sinne wünschen wir unseren Gästen aus Drillfing einen guten Nachhauseweg. Ich habe es ja vorhin schon von der Sprecherkabine aus gesagt. Viel Erfolg für die nächst anstehenden Spiele. Und wir freuen uns auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen. In diesem Sinne bleiben Sie uns alle wohlgesonnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Freundlichst, Ihr FC 07 Albstadt. Ciao.